Willkommen zum Renntag. Und bevor es zur Sache geht, wird alles noch einmal überprüft. Brasilien liebt seine Rennfahrer, insbesondere den brillanten Ayrton Senna. Sein Sieg in Interlagos im Jahr 1991 mit einem kaputten Getriebe ist einer der emotionalsten Momente in der Geschichte der F1. Wie denkst du, dass sich Carlos Sainz im Moment gerade fühlt? Zweifellos wird sich der Fahrer freuen, in der ersten Startreihe zu stehen. Es ist eine wohlverdiente Pole-Position und eine großartige Chance auf den Pokal. Wie immer werden sich die Teams beim großen Preis von Sao Paulo viele Gedanken über ihre Strategien machen. Hoine Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2023. Das Hauptrennen von Sao Paulo steht an. Unsere Jungs sind ganz gut vorbereitet, würde ich sagen. Dann müssen wir die Autoteile noch einmal ändern. Ich glaube nicht tatsächlich. Die sehen gut aus. Damit können wir arbeiten. Eine Strategie brauchen wir aber. 72 Runden werden gefahren. Also schauen wir mal, was gibt es denn hier. Soft, Medium, Soft. Scheint erstmal die schnellste Strategie zu sein. Die sieht auch schon ganz gut optimiert aus tatsächlich. Wie sieht es hier aus? Da können wir aber noch ein bisschen was schneller machen. Können wir nicht. Können wir nicht. Aber wir können zumindest dafür sorgen, dass die Reifen nicht komplett abgefahren werden. Medium, Hard, Medium. Ich würde ja super gerne Medium, Soft, Medium ausprobieren. Und dann kommt es wieder ein bisschen was. Wenn es nicht richtig ist, dass die Reifen nicht komplett abgefahren ist. Ja, wahrscheinlich irgend sowas. Wie lange fahren wir denn? 26 Runden. Ja. Die Mediums fahren immer 26 Runden, wie es aussieht. Und die Softs dann halt irgendwie 21 Runden. Und das ist tatsächlich die schnellste Strategie. Medium, Soft, Medium. Gut, dann fahren wir Medium, Soft, Medium. Das ist ja easy. So, ne? Ungefähr dann wird ja alles gleichmäßig so ein bisschen gedingst und gebumst. Na so, was brauchen wir da am Anfang? Wir müssen ja ein bisschen reinhauen, denke ich. Nehmen eine Runde mehr Kraftstoff mit, damit wir ein bisschen was zum Verbrennen haben. Da versuchen wir ja am Anfang auf den Mediums irgendwie das vernünftig zu machen. Wird's eigentlich re... Ah, es wird regnen. Oh Gott, das habe ich in der Strategie natürlich gar nicht mit eingerechnet. Ja, wir brauchen eine andere Strategie. Wir brauchen eine andere Strategie und zwar eine komplett andere. Wow, okay, gut. Also wir brauchen hier auf jeden Fall einmal Softs. Dann brauchen wir, weiß ich nicht, Intermediates vielleicht. Ab hier irgendwo. Und ab Runde 50 rechnen wir ja mit weniger Regen. Wir nehmen mal an, es wäre hier irgendwie tatsächlich eine Runde 7 und Runde 50. Ja, okay, Mediums sind hinten raus. Schneller. Und es könnte sein, wenn wir Inters fahren, sind wir schneller, wenn wir sind wir schneller, wenn wir sind wir schneller, wenn wir das hier splitten, irgendwie. Runde 7, das sind dann so 43 Runden. Also Runde 28 ungefähr. Sind wir bei 1,27,7. Ne, durchfahren ist schneller. Okay. Ich weiß halt nicht, ob wir wahrscheinlich brauchen wir sogar Wets, oder? Könnte gut sein. Ja, wenn es richtigen Regen gibt. Brauchen wir vielleicht sogar Wets. Ja, okay, also da müssen wir ein bisschen flexibel sein, auf jeden Fall. So, wir brauchen Schoft. Wir brauchen Schoft. Wets und Mediums. Müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie... Achso, dann brauchen wir aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr Treibstoff. Ne, dann ballern wir am Anfang einfach ein bisschen raus. Dann kommen wir sowieso Regenreifen drauf, da verbrauchen wir nicht so viel, weil wir nicht so viel Gas geben können, wegen der Traktion und so weiter und so fort. Und wir starten von 14 und 16 sogar. Ah, das geht ja. Ja, dann schauen wir mal. Genug rumgealbert hier. Demnächst startet das Rennen hier. Wir freuen uns schon auf die 71 Runden beim großen Preis von Sao Paulo. Und wir sehen jetzt Sergio Perez, voll konzentriert auf das kommende Rennen. Er ist auf Startposition 4, also erwarte ich, dass er die Herausforderung annimmt, in die Top 3 zu kommen. Sieht aus, als wäre alles bereit. Jetzt ist es soweit, der große Preis von Sao Paulo. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ja, dann mal los würde ich sagen. So, Zweikampfhilfe an. Der Theo hat schon Platz gut gemacht. Gegen Debris, da gibt es schon die gelbe Flagge irgendwo. Unfall mit mehreren Autos. Wer hat's denn erwischt hier? Ich hab nichts gesehen. Mal ganz hinten. Oh nein. Ei, ei, ei. Na, könnte sein. Das läuft heute nicht, so wie das Team gehofft hatte. Das ist sicher. So, mit wem ist denn Leclerc da zusammengestoßen? Beziehungsweise wer ist Leclerc reingefahren? Höckenberg. Nico Höckenberg war's. So, wir werden diese wunderbare Gelegenheit mal nutzen. Ah, feucht. Okay, gut. Also vielleicht kommen wir da doch auf Intermediates rein. Irgendwann demnächst. Aber erstmal fahren wir hier. Max Verstappen fährt von weg. Und Theo versucht sich hier irgendwie an Kevin Magnussen ranzupirschen, während der Albon schon ordentlich unter Druck setzt. Also da wird der Vorfall noch untersucht. Keine Strafe verteilt. Da ist ein Inzident. Boah, Alter, was? Der hat sich da außen so vorbeigebremst. Ist nicht so im Ernst, oder? Kevin, Alter, was soll das? Wir haben ja gar keine Chance gegen den Haas hier. Wow. Also Magnussen hat Alex Albon gerade richtig abgezogen. Und wenn wir Magnussen verfolgen, die Gelegenheit fläht darum, ergriffen zu werden. Und Kevin Magnussen sagt Dank. Vielen Dank. Na gut. Und dann ist das jetzt halt so. Und so, unserem Akku geht es noch ganz gut tatsächlich. Hinten auf der Stadt Zielgeraden waren wir bei 50%. Und ich lasse den einfach mal hier ein bisschen durchballern. Damit wir hier irgendwie drankommen. Beziehungsweise dranbleiben vorne und DRS bekommen. Damit wir nicht sofort abgehängt werden. Aber Magnussen ist schon deutlich schneller als wir. Wow. Ja, im Moment werden wir aus der DRS-Reichwerte raus. Und dann können wir nur hoffen, dass da vorne von Piastio aufgehalten wird. Aber wir kommen ja gar nicht hinterher. Krass. Ja, ne, da können wir halt gar nichts machen, ne? Heftig. Magnussen ist einfach so schnell davon gefahren. Wie? Man weiß es nicht. Na gut, dann betätigen wir hier mal ein bisschen den Zeitraffer. Wir gucken natürlich nach dem Wetter. Wie schnell wird denn das hier feucht werden nachher, ne? Es baut sich so ein bisschen auf. So in zwei, drei Runden. Also jetzt haben wir hier schon den einsetzenden Regen tatsächlich. Strecke bleibt da feucht. Also wir können noch ein bisschen fahren. Wir beobachten das einfach mal. Jetzt am Anfang passiert ja nicht viel. Ja, es tröpfelt noch sehr, sehr zart. So, Magnussen ist schon fast, ja, drei Sekunden vor Alex Albon. Aber wir haben der Vries so ein bisschen abgehängt. Das ist gut. So, wir sind bei 22. Na, ich denke, eine Runde können wir noch fahren, ne? Also Albon und Pocher machen das wunderschön mit dem DLS. Ja, da, wenn es so weiter geht, können wir auch noch eine Runde fahren. Na, wir haben so ungefähr 0,2 jetzt die Runde dazu bekommen. Wir können mal gucken, ob vor uns irgendjemand in die Box geht. Wir sind noch nicht mal bei 0,5. Jetzt sind wir über 0,5 drüber. Okay, die ersten fahren in die Box. Und ich denke, diese Runde werden wir auch in die Box fahren. Die Strategiekonflikt. Achso, weil du auf Wets eingestellt bist. Ja, aber Wets sind ja Quatsch. Na, wir gucken noch mal gerade schnell aufs Wetter. Ja, es scheint feucht zu bleiben. Mehr nicht. So, ähm, die Frage ist, werden wir die Jungs Double stacken? Oder haben wir eine Chance, das irgendwie anders zu regeln? Können wir jemanden noch eine Runde draußen lassen? Okay, Box, Box. Set, Tire, switch, der Finter. Ja, ich denke, wir müssen die Jungs jetzt reinholen. So, Hülkenberg mit dem Boxenstopp-Problem auf jeden Fall erst mal. Hülkenberg an die Box. Aber es gibt ein Problem mit dem linken Hinterreifen. Uh, der klemmt. Ja, die Jungs müssen rein. Leclerc ist jetzt schon hinten an denen dran auf jeden Fall. Hat sich ja ganz gut nach vorne gearbeitet. Und da gab es schon wieder eine gelbe Flagge. Hülkenberg blockiert direkt. Oh, der hat heute gar kein Glück. Fahren wir durch Kurve 4. Man sieht die Reifen blockieren. Das ist aber einfach das Risiko, die später man rausfährt. So, wir werden hier auf ausgewogen stellen. Und dann kommen die Jungs halt nacheinander in die Box direkt. Das ist natürlich nicht so schön. Da hat Theo jetzt ein bisschen Pech. Aber alle kommen in die Boxen. Da gibt es ganz viel Double-Stacking. Das wird jetzt hier das reinste Chaos in der Box werden. Ich hoffe, wir kommen einigermaßen zügig wieder raus. Norris noch mal ein Boxenstopp-Problem hier. Das McLaren-Team bekommt was zu tun. Aber sie bekommen den rechten Hinterreifen nicht ab. Immer die Hinterreifen wieder klemmen. So, wir werden los. Darauf warten wir. Achso, die Boxen, das ist voll. Boah, das kostet jetzt natürlich richtig Zeit. Der Exit ist klar. Piastri auch nur ein Boxenstopp-Problem. Sehen wir das? Der rechte Hinterreifen will nicht runter. Auch bei ihm klemmt der. Immer gut. Es scheint heute so zu sein, dass die Hinterreifen nicht gut sitzen. Jetzt wird es klar sein, dass der Exit ist. Der Exit sollte klar sein. Also, 2-7 für Theo ein bisschen langsamer. Aber der war, glaube ich, ewig in der Box. Kommt der jetzt als letzter raus. Also, in der Box haben wir richtig viel verloren, ne? Dadurch, dass alle an uns vorbeigefahren sind einfach. Und wir uns da nicht dazwischen drängen konnten. Also, wir schauen aufs Wetter. Ja, es bleibt feucht, bis es aussieht. Ei, ei, ei. Tja, da müssen die Jungs jetzt halt ein bisschen hinterherfahren im Moment. Albin kann sich vielleicht an Joe anpirschen, weiß ich nicht. Der ist, gibt es auf jeden Fall nicht. Dafür ist zu viel Wasser auf der Strecke. Och, und da hat es ihn rausgekiegelt, ne? Wow. Ist er eingeschlagen? Ich glaube, er ist nicht eingeschlagen. Scheint alles cool zu sein. Das hat ihn nicht mal einen Platz gekostet. Aber jetzt ist natürlich Bottas direkt an ihm dran. Oh, Leute. Da vorne bei Joe waren wir. Das hat uns so ungefähr sieben Sekunden, naja, sechs Sekunden gekostet. Reifenstark überhitzt. Es ist absolut feucht. Die Intermediates können doch hier nicht überhitzen. Wir fahren die ganz normal. Achso, bei Alex, ja, von der Drehung, oder was? Na gut. Wir werden das ignorieren. Boah, Leute. Ja, das hat richtig Reifen gekostet. Mal sehen, wie lange die durchhalten. Mal sehen, wie lange die durchhalten müssen, vor allen Dingen auch. Wann hier die Sonne wieder rauskommt und die Strecke abtrocknet. Im Moment sammelt sich immer mehr Wasser. Wir sind schon bei über zwei Millimetern. Und fast Dappen kommt da von hinten angeflogen. Hm. Ja, das ist nicht so schön. Hier gibt es nochmal eine Spitze. Ja, dann irgendwo bei Runde 55 tatsächlich, ne. 54, 55, da ist dann trocken. Ich glaube, im Moment passiert nichts. Wir können ja auch nicht viel machen. Theo hat sein Akku ziemlich leer gefahren, habe ich gesehen gerade. Der war überhaupt nicht im Zweikampf. Also keine Ahnung, warum sein Akku so leer ist. Die Zweikampfhilfe ist ja an. Ich weiß nicht, ob er den jetzt zum Aufholen benutzt, oder... Ja, Theos Reifen sind auch ziemlich warm. Ich weiß nicht, warum. Kann ich nicht erklären. Ja, weiß ich. Dankeschön. Aber Theo kommt so langsam an Piastri ran, immerhin. Jo ist immer noch genauso weit von Albin entfernt wie vorhin. Geringer ERS-Schaden. Okay, ja. Wir fahren halt wirklich ein bisschen auf alten Teilen. Weil wir am Anfang der Saison halt wirklich ziemlich viele Unfälle hatten. So, ein bisschen dichter sind wir jetzt an Jo dran. Aber wirklich nur minimal. So, und der Akku von Alex Albin ist voll. Wow, warum sind denn Theos Reifen einfach so heiß? Der klebt der Zaffer an Bottas dran. Wollen wir da einfach mal ein bisschen gucken. Wollen wir eine Chance da irgendwas zu tun? Können wir hier mal ein bisschen sagen, wir benutzen einen Akku? Ich meine, die Zweikampfhilfe ist ja sowieso an. Wir schauen einfach mal ein bisschen, ob wir hier was tun können. Lückenberg ist schon wieder in der Box? Okay. Ja, Akku alle. Und es hat nicht gereicht, um zu überholen. Aber wenigstens nicht mehr letzter. So, weiter geht's. Jo ist schon wieder richtig weit weg auf einmal von Alex Albin. Also, wo diese Schwankungen immer herkommen, keine Ahnung. Dafür klebt Piastri jetzt direkt an Albin hinten dran. Und Theo ließ sich gerade von Bottas so ein bisschen abhängen. Was machen die denn? Wechseln die jetzt echt alle die Reifen? Also, es bleibt feucht. Wir sind jetzt in Runde 28, aber wir haben ja ausgerechnet. Es lohnt sich eigentlich nicht zu wechseln. Kann ja mal mal die Strategie hier angucken. Ah, okay. Die Reifen nehmen viel schneller ab als geplant. So, wenn ich jetzt sagen würde, wir wechseln hier nochmal auf Inters und am Ende dann auf Softs. Wo ist denn das? Runde 57 oder so? Hier wird's dann irgendwann trocken. So, 1,27 Oh, nee, das nicht. Also, 1,27 24, ne? Wenn wir hier irgendwo einen Reifenwechsel durchführen, wenn wir den weglassen, sind wir bei 1,27 16. Dann werden wir auch nicht die Reifenwechsel wechseln hier. Dann gibt es bei Alex irgendwie Sinn. So, hier in dem Dreh irgendwo. 1,27 24, ne. Aber wir sind ja jetzt schon deutlich abgefahrener als das hier, ne? Wird das mit einberechnet vom Spiel? Dass unsere Reifen schon so abgefahren sind? Ich hoffe. Wenn nicht, dann ist das Planungsding hier natürlich auch ein bisschen unnötig. Ja, wir fahren einfach weiter. Alex Albon auf dem 15. zwischenzeitlich. Ja, Reifen sind immer noch überhitzt. Science auch in der Box. Was sagt denn unser Wetterbericht? Es wird echt hier hinten trocken. Ja, so lange müssen wir jetzt halt durchfahren. Wir versuchen es ohne Boxenstopp. Während alle anderen scheinbar mit Boxenstopp fahren. Ich hoffe, die Reifen überleben das irgendwie. Ja, da finden schon die Überrundungen statt. Das hält uns Piastri vielleicht ein bisschen vom Hals. Minimal haben wir gewonnen dadurch. Ja, Reifen immer noch überhitzen. Was soll ich machen? Das ist halt so. Warum auch immer das so ist. Genug Wasser ist eigentlich drauf, dass sie nicht überhitzen müssten. Ich verstehe es nicht so ganz, warum das jetzt so problematisch ist. Wo ist ein Piastri hin? Ach, der war in der Box scheinbar. Das bringt uns erstmal ein paar Plätze nach vorne. Die Frage ist, wie wird das langfristig aussehen? Unsere Reifen scheinen durchzuhalten. Ja, leider ist da jetzt nicht super viel Spannung hier im Rennen, muss ich sagen. Wenigstens sind unsere Jungs so ein bisschen auseinander, dass Theo nachher beim Boxenstopp nicht mehr so viel Zeit verliert. So, da muss Theo aufpassen. Hinter ihm sind jetzt alle direkt mit denen er im Positionskampf wäre. Oder ist schon. Ja, Joe zum Beispiel, der versucht es da mal. Und uns hier einfach nochmal ein bisschen Platz erkaufen. Jetzt ist Joe gerade schon vorbei, aber direkt zurück überholt. anschauen. Gut, wir sind an Kurve 5. Da ist die Lücke. Ja, so ist Joe vorbei. Das bringt ihn auf Platz 15. Na, Theo in der nächsten Kurve glaube ich aber wieder die Innengänge gehabt. Ne, er ist hinter ihm. Da sind sie auch beide nebeneinander. Er beschließt es zu versuchen. Boah. Und Joe Guan Yu zieht vorbei. Na gut. Ähm, dann ist er wohl vorbei. Wir sind noch ganz dicht dahinter. Da. Aber da jetzt wäre zurück. Was war das denn hier? Ach, Überrundung. Und nee. Und Hülkenberg ist mit durchgeschlüpft scheinbar. Da ist Nico Hülkenberg. Kann er sich durchquetschen? Der schlüpfte einfach ganz frech mit durch. Okay, das war dann wahrscheinlich schon mehr nichts. Ja. Ah, Mensch. Theo. So, Joe schlüpft damit durch mit den überrunden Wagen. Das ist doch, ey. Weil die Jungs da immer so langsam werden, ne? Ja, da kommt Joe hier natürlich mit ordentlich Geschwindigkeitsüberschuss hinter einem überrunden Wagen. Hinter einem Mercedes an. und schlüpft da einfach mit durch. Das ist richtig, richtig frech. Erlauben die Regulargräden das? Mann, 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 Mann. So, wir schauen nochmal aufs Wetter. Ah, in sechs Minuten ungefähr schon trocken. Da müssen wir also ein Auge drauf haben. Hülkenberg hat Alvin auch überholt. Jetzt beim Haas. Da ist die Gelegenheit. Ja, wahrscheinlich sind unsere Reifen jetzt im Vergleich wirklich so runter. Und Nico Hülkenberg bewegt sich davon. Das ist ja alle vorbeikommen. Das ist natürlich uncool. die Reifen gehen noch. Aber wir müssen wirklich bei der erstbesten Gelegenheit in die Box. Unsere Reifen sind jetzt nämlich richtig blöd. Also hat die Strategie das wahrscheinlich nicht mit eingerechnet, dass unsere Reifen schneller verschleißen als angenommen. und das ist natürlich nicht cool. Dann können die sich das auch gleich sparen mit dem Strategie Schirm während des Rennens. wenn das nicht mit eingerechnet wird. So, wann ist denn hier trocken? Zwei Minuten. Das heißt, wir fahren noch eine Runde auf den neuen Reifen und dann geht es direkt rein. So, da hoffe ich, dass das hinhaut. Da gibt es noch meine gelbe Flagge und fahre mit mehreren Autos. Was da passiert? Wir haben hier eine gelbe Flagge. Aha. Piastri. Uh, erwischt da ein Alpin. Bleibt da mit dem Frontflügel scheinbar am Reifen hängen oder so. in der Garage ist, war das ein schwerer Moment zum Zuschauen. Wir fahren echt alle, wie sie wollen, an uns vorbei. Also, ich glaube, wir haben den Boxenstopp ganz gut getimt. Wenn wir rauskommen, dürfte es eigentlich gerade von feucht nach trocken wechseln. Es sei denn, es trocknet jetzt nicht richtig ab, ne? Sondern bleibt auf dem Niveau. aber eigentlich müsste das trocknen. So, unsere Jungs kommen rein als Erste. Es trocknet weiter. Oh, das könnte richtig gut werden. Unsere Jungs sind ein bisschen dicht zusammen wieder. wenigstens sind wir alleine in der Boxengasse. Schöner Boxenstopp da von Theo. Also, jetzt sind wir genau bei einem Millimeter. Es ist theoretisch noch feucht. wird es jetzt nicht trocknen. Man sagt nicht, es bleibt genau bei einem Millimeter stehen. Das wäre halt echt, echt blöd. könnte aber tatsächlich jetzt passieren, ne? Oh, man. So, da müssen wir vorbeilassen auf jeden Fall. Da müssen wir gleich mal auf die Rundenzeiten gucken. Da wir hier eine schnelle Runde gefahren sind. Ja, bloß das Problem ist halt, wir mussten jetzt wechseln, weil unsere Intermediates halt auch schon sowas von im Eimer waren. Man kann es nicht hier noch, damit das Spiel einfach sagt, ja, okay, jetzt ist trocken. Noch ein bisschen abtrocknen, ganz kleines bisschen. Das gibt's doch nicht. Es bleibt wirklich genau bei einem Millimeter stehen. Unglaublich. Na gut. Wir verlieren ein bisschen was pro Runde. Die anderen fahren 1.15 und 4. Hier ist der Boxenstock noch mit drin in der Runde. Was fahren wir für Zeiten. geben. Boah, wie der Eifer an uns vorbeiziegt. Das wir wirklich nur wegen 0,001 millimeter Wasser. Das ist doch frech. Alex ist über die Ziellinie. Okay, 2 Sekunden verlieren wir ungefähr pro Runde im Moment. Wann geht denn das noch? Noch eine Runde vielleicht. Aber dann haben wir schon warme Reifen, während der Rest hier noch abkackt. So, wir schauen mal. Zwei Sekunden könnten natürlich auch durch die Überrundung zustande gekommen sein. Jetzt wird es noch mal ein bisschen feuchter hier. Ah, auf damit. Soll ich auch trockener werden. Okay, da ist noch mal eine kleine Spitze drin. Die Reifen haben eine ganz gute Temperatur wenigstens. Also noch mal zwischendurch Boxenstopp, ne? Neue Intermediates draufziehen wäre wahrscheinlich wirklich gar nicht so scheiße gewesen. Der Flage und Alvin ist drin verwickelt. Ist euer Ernst? Der Fokus liegt jetzt auf Lando Nox. Kaum Platz zu manövrieren. Die Fahrzeuge berühren sich genau da. Darunter wird sein Selbstvertrauen leiden. Da ist er mir aber hinten reingerutscht, gefahren, beschleunigt, keine Ahnung. Hey, hey, hey. Was ist da für eine Strafe? Keine Strafe. So, es wird hier eher feuchter, also unser Wetterbericht hat uns hier schon wieder komplett im Stich gelassen. Problematisch. Die anderen hatten scheinbar echt den besseren Wetterbericht alle. Und damit habe ich hier richtig reingeschissen. Oh wow. Ja, das war dann also gar nichts. Das hat überhaupt nicht funktioniert hier leider. Die Sonne kommt langsam raus. Da habe ich mich einfach hier ja, es schiebt sich auch immer weiter nach hinten, also unser Wetterbericht war deutlich zu ungenau. Um damit vernünftig arbeiten zu können heute. Schade. So, jetzt hat der Regen aufgehört. Wunderbar. Dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas retten können. Vielleicht, wenn jemand noch ein Boxenstopp-Problem hat oder so, aber wir sind 35 Sekunden hinter Bottas. So, Strecke ist trocken. Wir können endlich Gas geben. Eine vernünftige Rundenzeit fahren. Bottas war noch nicht in der Box. Seine Reifen durften jetzt also überhitzen. Unsere Reifen sind leider schon sehr abgefahren. Von hinten kommen jetzt gleich wieder die Überrundungen. Das hilft uns natürlich auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Ja, Bottas ist trotzdem noch richtig weit weg. 17 Sekunden noch. Also da ist nichts mehr zu machen. Ach, das war einfach ein Griff ins Klo. Alonso hier mit der schnellsten Runde, aber auch 24 Sekunden hinter Max Verstappen. Fast, meinetwegen auch 23 Sekunden. Tja, Leute. Schön ist komplett anders. Ja, okay. Was ist jetzt schon wieder passiert hier? Das gibt es ja nicht beim Überrunden, oder was? Das ist so oft passiert jetzt hier auf der Strecke einfach. Unglaublich. Was ist da heute los? So, wir sind gleich in der letzten Runde. Richtig abgeschlagen. Liegt natürlich auch daran, dass unsere Antriebsstrangteile schon echt eu sind. Aber diese Saison hat Geld sparen, mehr für andere Dinge benutzen. Nicht, um hier noch irgendwelche Antriebsteile zu kaufen. Wir haben einfach am Anfang, wie gesagt, viel zu viel verschwendet davon durch Unfälle. So, wir müssen uns fahren noch ein bisschen. Ja, Verstappen ist dort. Der kommt jetzt gleich über Start-Ziel. Wir haben noch ein bisschen vor uns. Ja, letzter und vorletzter. Wow. Ja, letzter und vorletzter, ne? Das hatte ich mir natürlich komplett anders vorgestellt. Boah, das ist auch schon wieder 31 Sekunden weg, also. Ach, Leute. Es lief einfach gar nicht. Kein bisschen lief es. Na gut. Dann machen wir mal zu Ende. So, wir haben hier alle wieder die... Ja, das war echt ein schwieriger Nachmittag hier. Oh, weia. Hier sieht man Ferrari feiern. Sie haben den Konstrukteurstitel eingesteckt. Und was für eine Dominanz in dieser Saison. Ich glaube nicht, dass es jemals einen Zweifel gab. Und die Verstappen-Fans werden die Leistung des Niederländers zweifellos feiern. Sechs Siege in dieser Saison und kein Ende in Sicht. Und das bedeutet, in Sao Paulo ist es Zeit zu feiern. Es haben bestimmt alle Teams nach diesem Rennen viel zu besprechen. Was glaubst du, wie es dem Williams-Team geht? Sie werden enttäuscht sein. Offensichtlich hat keiner der beiden Fahrer hier wirklich geglänzt. Und es gibt noch einiges zu tun, aber das wird ihnen bewusst sein. Unser Team in Sao Paulo sagt danke, dass ihr dieses Wochenende dabei wart. In der nächsten Runde der Saison kehrt die F1 in die USA zurück, wo der Glanz und der Glamour von Las Vegas auf uns wartet. Ja, es gibt noch einiges zu tun. Also in dieser Saison natürlich nicht mehr. Aber in der nächsten dann. So, was haben wir da? Max Verstappen vor, Alonso, Carlos Sainz auf dem dritten Platz. Dann Perez, Russell, Leclerc hat sich ganz schön weit nach vorne gefahren. Hamilton, Stroll, Magnussen, Ocon, Norris, dann schon Joe. Okay, nicht schlecht. Piastri, Gasly, ziemlich weit hinten. Weiter hinten als erwartet auf jeden Fall. De Vries, Bottas und ganz hinten halt unsere Jungs. Fahrerwertung. Wir haben nur noch ein Rennen vor uns. Ne, zwei noch. Ich glaube, zwei sind es noch. Las Vegas ist nicht das letzte Rennen. Die letzte Rennen im letzten Rennen die Punkte doppelt. Haben wir die Regel? Ich weiß es nicht, vielleicht. Aber dann ist Leclerc eigentlich schon Weltmeister quasi. So, Konstrukteurswertung. Haas haben nochmal zwei Punkte dazu bekommen. Wir sind safe von McLaren. Auf jeden Fall siebter Platz. Damit ist der Vorstand zumindest zufrieden, denke ich. Na ja, Ferrari vor Red Bull mit fast 100 Punkten Vorsprung. Kann man machen. So, schnellster Boxenstopp. Ja, wir sind irgendwie nicht mit dabei. Wirklich als einziges Team keine Punkte bekommen. Das ist... Ja, gut. Aber, ne, wir sind nicht mehr 0,5 weg, sondern so 0,4 ungefähr. Hier mal sogar 0,3 nur bei einem echt guten Boxenstopp. Das wird vielleicht so langsam. Man weiß es nicht. Wir schauen mal, was die nächste Saison bringt. Ja. Wir sehen nur rote Zahlen quasi. Also kein gutes Wochenende. Das ist echt nicht cool. Ja, ein bisschen was haben wir abbekommen hier in der Leistungsgarantien. Glaube ich, für die letzten zwei Rennen gibt es die nicht mehr. Immerhin knappe 3 Millionen. Kommen wir nochmal überwiesen. Naja. So. Modernisierung der Tourzentrale wurde abgeschlossen. Na toll. Die gute Tourzentrale. Ja. Für heute war es das dann. Las Vegas haben wir noch. Und dann haben wir noch... Doch, Abu Dhabi. Ich habe mich nicht getraut, Abu Dhabi zu sagen. Aber es ist Abu Dhabi. So. Hier haben wir ganz viele Modernisierungen und so weiter und so fort. Äh, ja. Das war, puh, ein deprimierendes Rennenwochenende tatsächlich. Das war nicht schön. Beim nächsten Mal würde ich sagen, wird es hoffentlich besser. Aber wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Wir müssen noch durch die letzten beiden Rennen dieser Saison durch. Und dann können wir in der nächsten Saison vernünftig angreifen, hoffe ich. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Bis dann. Ciao.